Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir haben einiges vor in diesem Part. Unter anderem, ich werde das blaue Elixir mal vollkommen verschwinden. Denn wir brauchen die Milch. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ein paar Parts bevor... ...bevor habe ich das Problem gehabt, er wollte die Milch zuerst, bevor ich den anderen Tierhub herstellen kann. Boomerang! Jetzt, da wir den Tempe hinter uns haben, können wir einige neue Dinge machen. Unter anderem, drei neue Herztelle holen direkt. Und zwar... Ja, ich kann hier hinein. Wir müssen einmal träumen gehen. Ja, lebt, bewissens. Wee! Zehn Rubine. Und es ist im Generellen nicht so schwer. Meiner Meinung nach. Man muss halt eben aufpassen, dass man nicht zu vielen gleichzeitig reinrennt. So wie ich jetzt hier gerade. Wow! Und alles, was im Traum hier jetzt gerade passiert, passiert natürlich auch... ...nicht passiert auch im echten Leben. Nein, wir fliegen jetzt nicht gerade die Rupees aus der Tasche, während ich hier gerade falle. Ja, das wäre nett. Stellt euch vor, es hätte jemand so ein Geschäft, in dem ihr in euren Träumen alles verliert. Und er nimmt es einfach. Oh mein Gott. Ich habe hier keine Zehn Rubine verloren. Ich habe hier mehr verloren. Das ist Betrug. Egal. Ich rede wieder mal verdammt viel Scheiße zusammen. Okay, für dich überlege ich mir was Spektakuläres. Und wir erhalten das Herzteil, was wir hier bekommen. Nur einmal. Das heißt, nicht weiter versuchen. Wir bekommen hier ganz normale grüne Glücksfragmente. Aber das war es auch wieder. Und teilweise auch 20 Rubinen. Und hier sind wir wieder beim Thema Betrug. 20 Rubine. Egal. Wir haben das hinter uns und jetzt steht hier ein kleiner Junge davor. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Okay, dir geben wir mal was. Till. Aber ich möchte mindestens von jedem Fragment noch ein Stück haben. Das hat einen Grund. Um zum nächsten Herzteil zu kommen, muss ich ein Fragment tauschen. Also vereinen. Ich habe schon wieder gegessen. Merken. Zuerst verdauen, dann recorden. Ja, egal. Hätten wir das. Jetzt sollten wir eigentlich schon ein Herzteil bekommen, wenn wir das hier spielen. Also ich schätze mal, jetzt muss ich es noch ein paar Mal spielen. 3, 2, ja. Es ist sich ausgegangen. 30 mysteriöse Muscheln. Und jetzt gib mir das Herzteil. Gib mir das Herzteil. Gib mir das Herzteil. 6 Hühner. Okay, das ist neu. Okay, das ist neu. Schluck. Okay, hier ist ein Huhn. Nehmen. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Go. Go. Shorty. Ja. Ja. 6. Okay, wir haben sechs Hühner herangefangen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Glücksfragment. Kannte ich auch noch nicht. Okay, und jetzt kommt das Ultimative. Ich schätze sieben Hühner. Sieben Hühner. Okay, los geht's. Eins. Zwei. Drei. Komm. Vier. Nein! Das war ein Fehler. Okay. Okay, fünf und dann noch ein Sechstes. Das ist genug Zeit. Ich sollte in der Lage sein, es zu schaffen. Nein, ich muss ja sieben. Ich vollidiot muss ja sieben Hühner einfangen. Sechs. Oh, ich bin so blöd. Statt die Hühner zu hauen, sollte ich sie vielleicht etwas sanfter anpacken. Ja, sanfter anpacken. Okay, wir probieren es trotzdem. Es geht um ein Herzteil hier. Okay. Es kann losgehen. Wow, das ist ein Hund jetzt selber reingelaufen. Auch interessant. Eins. Zwei. Drei. Drei. Komm. Vier. Komm, ich schaff das. Fünf. oh gott oh gott 6 ja ihr habt es richtig gesehen ich versuche dieses obere hier zu kriegen und nicht nicht weg rennen und 7 er mit drei goldenen es bringt mir nichts ich habe volle rubinanzahl egal ich kann einen neuen rekord auch das ist kein herzteil hallo 230 rubine ich habe gutes getan ja wenn es wenn es darum geht dass ich jetzt wahrscheinlich noch mal das ganze machen muss kauf ich mir aber lieber diese ganzen fragmente hier weg 300 kostet jetzt mal du bist auch immer teurer 200 und ich bin wieder leer was das geld betrifft gut glasklauer glasklauer meine ich auf ein neues acht hühner wetten gut dann fang zwei hühner in 55 sekunden wirst du mich verarschen oh wo sind hühner ach du heilige scheiße hühner nein das ist ja mal eine große verarschung weg hier okay das ist eine der größten verarschungen zwei hühner in der ganzen stadt zu verstecken lass mich raten das andere ist irgendwo ganz oben äh alter opa geh weg hallo wo ist das zweite huhn ach du verdammte scheiße ist das fuhren weit weg ah das schaffe ich nicht mehr nein das schaffe ich nicht mehr und leute könnt einem doch ehrlich nicht sowas antun auf ein neues das schaffe ich jetzt weiß ich wo die hühner sind ok los geht's erstes hund ist irgendwo hier hinten gut chicken number one das wäre schlimm wenn diese katze mir einfach das hund jetzt weg schnappen würde aus da haben you fail cause the chicken died oh nicht hier rein rennen rauf ehrlich ehrlich ist nicht ewig zeit shorty shorty komm hol dir das chicken los geht's komm 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 hier war ich vorhin bei fünf sekunden habe es nicht mehr ganz geschaut ausweichen 5 4 3 2 1 mist ok leute ich werde das nächste mal weitermachen also bis später ok leute